So Klaus-Peter, unser Spaziergang heute Morgen, gestern Abend war es schon besser, heute Morgen richtiger Spaziergang, gell Jaro? Wie du siehst, kann er laufen, schwänzt sich auch ein bisschen draußen, das sieht man jetzt wieder nicht, komm Schatz. So, guck, guck die Schwarzspitze raus. So, da ist meine Röscher, da vorne ist mein Freund. Und wir sind nicht nur eine kleine Runde unterwegs um den Block, sondern wir gehen heute Morgen eine Spazierrunde, circa, naja, wie lange braucht man, 30 Minuten. Gehen hier an der Pferdekoppel ganz idyllisch lang, hier ist ganz ruhig, müssen extra früh los. Girl, bisher ein Auto, fand er ganz gruselig. Und ein Mann mit zwei Hunden, da war er erst bisher schock, weil dann ging es. Das ist schon viel, viel besser, gell Jaro? Guck mal in die Kamera, guck mal in die Kamera, jo, auf. So, damit du mal siehst, okay, es gibt Fortschritte. Komm, auf, lauf Schatz. Super, 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 komm, hopp, hopp, hopp. Jawohl. Super, 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 super